Im Internet kursieren aktuell, eben weil Desinfektionsmittel vielerorts ausverkauft sind, sogenannte Anleitungen zum Selbermischen für diese Lösungen. Da gibt es zum Beispiel eine von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, was ja per se eine sehr verlässliche Quelle für Gesundheitsinformationen ist. Allerdings muss man sagen, es ist wirklich keine besonders gute Idee, so ein Desinfektionsmittel daheim selbst anzumischen, weil einerseits vielleicht die Verhältnisse, also die Mischverhältnisse nicht stimmen, dann ist die Wirksamkeit nicht gegeben, also schützt dann gar nicht ausreichend vor Viren und Bakterien. Und auf der anderen Seite sind diese Lösungen, also zumindest die Rezeptur von der WHO, auch gar nicht so ungefährlich, da wird Wasserstoffperoxid verwendet, das ist eine Chemikalie, die die Augen reizen kann, die ätzend wirkt in hoher Konzentration, die die Haut bleicht, also da sollte man wirklich vorsichtig sein, vor allem, wenn man Kinder im Haushalt hat und deswegen Finger weg von selbstgemischten Desinfektionsmitteln. Die werden auch gar nicht empfohlen. Es besteht die Möglichkeit, ein Desinfektionsmittel im absoluten Notfall, also wenn man wirklich keins mehr bekommt und darauf angewiesen ist, das auch vor Ort in einer Apotheke dann professionell mit einem Apotheker oder bei einer Apothekerin anmischen zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer die bessere Idee, als das zu Hause zu machen, weil dieses Fachpersonal auch wirklich hygienisch arbeiten kann. Dann aber auch wirklich nur im Notfall, weil für die Herstellung von Desinfektionsmitteln wird unter anderem Alkohol benötigt. Und wir hatten gestern einzelne Gespräche mit Apotheken hier in Hamburg vor Ort. Der wird teilweise auch schon knapp und der wird wirklich auch an anderer Stelle benötigt, also für die Mischung von Tinkturen, für Lösungen in anderen medizinischen Bereichen. Ich hatte gestern auch noch einmal mit dem Deutschen Apothekerverband telefoniert und der Sprecher hat mir eben bestätigt, dass Desinfektionsmittel wirklich nur im Notfall eingesetzt werden sollen für medizinisches Personal, chronisch Kranke und dass gesunde Menschen wirklich Hände waschen sollten. Das ist eine sehr sinnvolle und sehr gute Methode. Und das ist auch eine Methode, die ist wirklich überall verfügbar. Sie kostet nichts. Und einfach anzuwenden, 20 Sekunden die Hände einseifen, gründlich abspülen und die Hände gut trocknen. Und dann ist man auch vor einer Ansteckung geschützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017